So, eine Runde Black Ops Nuketown mit, wie heißt der, wer ist der Mod? Stellung, Mann! Immer noch Stellung! Was macht man da? Popo Stellung! Was macht man da? Ich hab keine Ahnung. Könntest du mal helfen da? Worum geht's denn hier? Ach klar, jetzt weiß ich wie es geht. Du musst bestimmte Bereiche einnehmen. Ich bin trotzdem verwirrt! Ich auch, weil irgendwie... Ist das normal, dass das Bild so am Flackern ist? Au! Ich bin tot. Boah, really? Jetzt bin ich gestorben, ey. Petter, du bist gestorben. Boah, ich hätte fast gekotzt. War denn in den Schmiede einer? Boah, ernsthaft? Oh Gott! Ja, ich hab einen getötet. Wuhu! Jetzt hier die gerade auch zu mir rollen, ey. Hier zählt Petter. Mit seinem Text. Wieder drauf! Mein Gott, ey. Könnten wir nicht mehr erobert hatten. Einfach nicht gespielt, die sind alle schon ohne die Vorlage. Was ist drin denn die ganze Zeit? Endshaft. So, nächste Stellung. So geht's die ganze Zeit weiter. Ach so, diese Scheißdinge, ey. Modus ist kacke. Man kann sogar aus dem Weg rausspringen? What the fuck? Klar. Was willst du? Man kann sogar aus dem Weg rausspringen. Hä? Kannst du. Mittlerweile, ja. Okay. Das wusste ich auch nicht. Achtung. Weitere Schmiedeladung. Was? Halt er die Schürte? Au, 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 au. Ich krieg aus. Eugen, Eugen! Was? Der macht Aua. Stellung. Eilenen. Was? Erstmal hart weg. Gemessert. Kannst du gemessern? Klar kann man gemessern. Mit der Haut. Ja, hauen ist das. Wow, really? War voll schlecht. Läuft bei mir richtig. Weil, äh, Eugen, du hast ja gefragt vorhin wegen dem, was ich da gepostet habe in der Gruppe, ne? Das ist, äh, wenn du, kriegst du Punkte und dann kannst du im Schwarzmarkt diese Kisten kaufen. Und von den Kisten kriegst du nochmal so legendäre Aufsätze. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie man die Punkte kriegt, aber man sammelt die Namen. Hä? Die haben die Stellung gewechselt. Ach, die haben die Stellung gewechselt. Schon wieder? 96 jetzt oder was? Ja, ja, das ist das. Böde Pornowitte. Was ist das? Oh, Junge. Ah, ich muss noch die Waffe wechseln, ey. Geh mir jetzt schon am Sack. Ja, hier. Kuga erstmal neben mir. Ich hab immer noch den Aufsatz gewechselt. Ich bin so mein Held, ne? Ich hab mich selber in den Lock gesprungen. Wie P. Läuft bei dir, Stell. Warum machst du sowas? Weil ich, äh, erst die andere reingeschwistert und dann selber reingesprungen bin. Ja. Du Tepp, ey. Wer springt denn da rein und läuft in seine eigene Kackgranate? Oh, da war einer. Oh, das ist genau wie früher, ey. Die chillen da alle oben und hinterm Bett, ey. Oder aufm Bett. Die chillen da alle oben. Oh, chillt mir. Ja, da wo grad Chris war. Oh, eingetötet. Meinlich ja was. Oh, Chris, was machst du da? Oh, du bist abgehauen, scheiße. Chris? Hm. Wo Gegnern wegnehmen? Ja, Kindern? Kinder? 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 Gegner? Ernsthaft? Wo sind die Geh? 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 Ja, und da ist der Mond echt Kacke. Ach, Quatsch. Ja, wahrscheinlich bin ich auch nicht mehr. Das wird gespielt, hat unser Team Deathmatch. Ach, Spal, die Gäste. Dann gibt der für das das König-Duelle. Nein, das ist hier. Ja, wir haben auch mal Europa gespielt, ist auch ganz geil eigentlich. Also einer bin ich... Doch klar, einnehmen. Oh Junge. Was, wer ist denn der Löcher? Wie ist denn der Löcher? Wie ist denn der Löcher? Wie ist denn der Löcher? Das ist das König-Duell? Nein, das ist ja... Nein, das ist ja... Wie ist der Mond echt kacke? Ach, Quatsch. habe ich ein bisschen was für eine stellung ich habe ich hatte diese scheiß spaß mit ihren schulen penis granaten kann man ich stelle mal in den banken war da ist ja noch einer was aber noch einer holger war noch einer ja der schiefer von oben aus dem anderen turm turm haus turm haus ist der gleiche scheiß ich kann mir nicht mit der geschichte die habe ich gestern schon gehört grüß man da unter der war eine wir sind doch immer zwei stück das ist freigeschaltet auf 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 ausfälle outfit das mit dem sprechen hat ja auch nicht mehr nicht ach ja was hat der aufgestellte recht da gibt es auch noch der hat sich von komisch an ja das weiß es hat sich sehen dass der weg ich glaube ich schon gestorben bin trotzdem haben wir den punkt wo es rein darf da steht in ecke die nutte da stehen zwei in ecke ja ja und beide nutten nutten alles nur nutten hallo ach ich hatte scheiße wirklich ich bin die über uns die schule ist ein ditte bitte ah vollstück hier oben alter ich springe wieder im fenster rein wo kam denn der jetzt bitte her das steht ja in der ecke ich werde jetzt mal umgerotzt ey wer auch immer da weg läuft gerade die stellung ist hier nach oben gesprungen boah von hinten auch noch die mit dem schwule die ist ja noch von hinten wie viele punkte müssen wir eigentlich ich habe keine ahnung ah ok da hinten ja ich musste gerade reinlaufen die nachdenken bringen sie alle in luft die blöden pisser oh really nigger und tschüss ich habe doch schon 2.40 bis in sieg wow really nigger um hattens um vor um man hauptsache die rennen alle wieder in faul rein ja ich lag eine hand auf dem bohnen was stimmt aber kein zu leider schon wieder damit gar nicht zum frühstück fiktig weiter ernster ich schalte ohne die stellung einnehmen was passiert dann ich bin noch nie so oft gestorben wie lange geht denn das ist wieviel punkte ich verstehe nicht weil die herrn weggesnifert Scheiß Sprayer Erstmal vor den Hotdog abbeißen Alles klar, bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt, wir zocken ne Runde Picken